Ist denn dein Originalfahrwerk am Motorrad überhaupt gut genug oder braucht man unbedingt zwingendermaßen einen anderen Hersteller à la Öhlins, K-Tec und so weiter? Oder reicht denn vielleicht sogar das Standardfahrwerk mit einem vernünftigen Setting oder mit einer besseren Einstellung, wie man es so beschreiben möchte? Alles das erfährst du in diesem Video. Bleib am besten dran, wenn du noch ein Standardfahrwerk in deinem Motorrad verbaut hast. Wir haben ja jetzt schon ein paar Videos gemacht, wo es immer um TTX-Federbeine und so weiter gegangen ist. Das ist natürlich so ein Klassiker, aber viele von euch schreiben mir, hey Matthias, ich habe nicht das nötige Kleingeld, um mir für 1400 Euro nur fürs Federbein hinterachs ein Fahrwerk zu kaufen, plus Einbau, plus Gabel etc. Kann ich denn nicht mit meinem Standardfahrwerk auch vernünftig Motorrad fahren? Und die Frage ist ein bisschen komplexer, aber ich kann auf jeden Fall sagen, ja. Man kann von Anfang an pauschalisieren, man kann mit dem Standardfahrwerk gut Motorrad fahren. Das ist nicht das Problem. Man muss ein bisschen ins Detail gehen und schauen, auf was es denn drauf ankommt, um denn auch wirklich das Bestmögliche aus dem Fahrwerk rauszuholen. Es ist grundsätzlich so, umso schneller die Fahrer werden, desto wichtiger ist das gute Fahrwerk. Man kann aber auch sagen, dass viele langsamere Fahrer mit einem vernünftigen Fahrwerk auf einmal schneller geworden sind, weil sie halt mehr Vertrauen kriegen vom Motorrad, vom Reifen und vom Asphalt, vom Grip-Level. Und da sind wir schon beim Thema, es geht immer ums Vertrauen. Ein Fahrwerk soll so wenig wie möglich an Bewegung zu dir weitergeben und wenn du wenig Bewegung im Sinne von Wippen, Pushpumpen, Wackeln oder sonst irgendwas kriegst, fühlst du dich vertraut, somit fühlst du dich sicherer, bist auch sicherer und fährst automatisch schneller. Das ist einfach so. Nichtsdestotrotz kann das auch ein Standard-Fahrwerk. Das Problem bei vielen Standard-Fahrwerks ist folgendes. Es gibt grundsätzliche geometrische Probleme, die natürlich so ein bisschen auch kompensiert werden können mit Einstellungen, aber nicht komplett weggebracht werden. Das ist das Kava-Beispiel. Das heißt auch nicht, dass man das Kava-Fahrwerk nicht dahin kriegt, dass es einigermaßen gut fährt. Ich bin auch mal längere Zeit mit dem Standard-Fahrwerk mit der Kava gefahren. Und das geht schon. Es ist immer die Frage, was hat man schon erlebt? Wie gut ist man es gewöhnt? Ich sage mal, wenn du nur mit dem schlechten Motorrad, mit dem schlechten Fahrwerk in Anführungszeichen rumfahrst und mit was anderes noch nie gefahren bist, woher sollst du wissen, dass es eigentlich besser geht? Dann sagst du nur, das ist eigentlich okay. Weil du hast dich im Laufe der Zeit arrangiert. Und was mich überhaupt zu dem Video bringt und auch zu dem Folgenden bringt, ist eigentlich das, dass ich bin natürlich viel auf der Rennstrecke unterwegs, habe viele Schüler dabei zum Coachen. Man hat Boxenkollegen, man hat Boxennachbarn und so weiter und so fort. Und da sieht man natürlich die einen oder anderen Sachen. Natürlich auch mit Standard-Fahrwerken. Und ich beobachte die Leute, wie die aus der Kurve heraus beschleunigen oder ich sehe auch ihre Probleme, die sie haben. Sagen, ich kann hier die Linie enthalten und das pumpt und ich habe keinen Grip und tralala. Also diese Probleme haben wir alle. Und es ist für mich nichts einfacher als, wenn ich zu dem Motorrad hingehe und mache mal so und mache mal so und schaue mir das an. Ich sehe das schon teilweise, wenn der aufs Mobil aufsteigt und aus der Box rausfährt oder reinkommt oder wo der Indikator an der Gabel ist oder obwohl er nicht immer ausschlaggebend ist, weil nur weil der Indikator an der Gabel an der richtigen Stelle ist, heißt das nicht, dass das Fahrwerk weich genug ist. Muss nicht sein. Gibt es ein anderes Video, anderes Thema. Und da habe ich natürlich mir viel geholfen, wo ich gerade konnte. Und da geht es natürlich los, Federvorspannung. Also Negativ-Federweg, Dämpfung im Sinne von Zug- und Druckstufe. Da kann man natürlich viel machen. Und das Problem ist so ein bisschen, das ist übrigens die Kawasaki ZX-10 2016er, ab 2016 Standard-Schobar-Federbein. Das Problem ist so ein bisschen, meistens sind die Motorräder Gebrauch gekauft. Und es hat schon irgendjemand die Finger dran gehabt. Das kann ein Fahrer gewesen sein, der sich nicht gut ausgekannt hat. Das kann aber auch ein Kumpel von dem gewesen sein, der gesagt hat, ich mache das, ich kann das. Und dann wird im Zweifel Zug und Druck immer schön richtig zugedreht, damit es richtig stramm ist und sich ja nicht mehr bewegt und so weiter und so fort. So, Federvorspannung braucht man auch ganz viel, weil dann fühlt sich härter an. Härter ist quasi gut. Und 80 Prozent, 80 Prozent, und das ist keine Lüge, das ist nicht übertrieben, das ist wirklich so. 80 Prozent der Leute, denen ich auf der Rennstrecke begegne, denen ich fahrwerkstechnisch so ein bisschen geholfen habe, die ein Standardfahrwerk drin hatten, war das Fahrwerk so krumm und schief verdreht und die haben sich im Laufe der Zeit so daran gewöhnt, dass sie nicht gewusst haben, dass es besser geht. Und mit ein paar kleinen Handgriffen, mit ein paar kleinen Handgriffen, Federvorspannung, Hinterachse, Vorderachse, vielleicht ein bisschen Gabelüberstand, Dämpfung, Zugdruck, Hinterachse, Vorderachse, einfach ein bisschen mit einem gewissen Gefühl in das Motorrad reinhochen, vielleicht auch mal schauen, was hat denn für Feder vorne in der Gabel drin, was hast du für Rundenzeiten, wie fährst du und so, was hast du für Probleme. Und dann kann man meistens mit wirklich nur einer kleinen Einstellarbeit das Motorrad verbessern. Und 80 Prozent derjenigen, die ich da angefasst habe, die waren so krumm und schief, dass es fast einfach war, das zu verbessern. So, aber die haben aber nicht gewusst, dass es krumm und schief ist, weil die haben gesagt, naja, fährt halt, ich fahre immer schon so. Und da mir auch extrem viele Leute schreiben, wie das dann so ist und ob man jetzt bei dir nur ein Öl ins TTX kriegt und sage, nee, um Gottes Willen. Deswegen haben wir jetzt ein Programm ins Leben gerufen, wirklich ein Basic-Setting für jedermann, für jedes Fahrwerk, für einen Standard, für einen Ölens, für einen Kateg, für einen Wilbers, völlig egal, für jedes Motorrad zu erstellen, das man bei uns auf der Homepage jetzt buchen kann, für 59 Euro. Das ist echt günstig. Und das machen wir, weil wir euch da helfen wollen, um einfach mal wirklich ein Standard-Setting in so auch ein Originalfahrwerk reinzukriegen. und wir der Meinung sind, dass man da einfach auch viel Sicherheit auf Europas Rennstrecken generieren kann, einfach mit einem vernünftigen Setting, ohne dass da irgendwas zugeknallt ist, dass sich das nicht bewegt. Ach ja, und das muss man halt auch wissen, wo man da angreift. Es gibt schon die ein oder anderen Hilfsmittel, an wie viel Negativ-Federweg soll es haben und so weiter. Das Problem ist so ein bisschen, man braucht da so ein bisschen ein Gespür dafür. Das heißt, man muss das Motorrad schon drücken, man muss es fühlen, wie bewegt es sich, wie wirbt es von vorn nach hinten und so weiter, um beurteilen zu können, ist es gut oder ist es nicht gut, passt es auf die Fahrergeschwindigkeit und so weiter. Was man auch feststellen kann, so als Tipp dazu, umso schneller die Fahrer, desto weniger Dämpfung fahren sie und umso schwieriger wäre es, für einen Hobbyfahrer damit zu fahren, weil ein Hobbyfahrer einfach zu lange Rollphasen oder Schützgasphasen hat und in diesen Phasen würde ein Fahrwerk mit sehr wenig Dämpfung ganz stark zwischen hinten und vorne rumpitchen. Und deswegen ist es so, dass ein langsamer Fahrer tendenziell mehr Dämpfung braucht, um das Motorrad zu beruhigen, um eventuelle Fahrfehler, Körperhaltungsfehler, Korrekturen besser zu kompensieren. Und da muss man so ein bisschen das Mittelmaß eben finden. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Fahrer zum Fahrwerkstuner geht und zieht mal schnell 10 Sekunden von seiner Rundenzeit ab, weil dann kriegt er eine Einstellung, mit der er wahrscheinlich nichts anfangen kann. Da ist die Rundenzeit teilweise wichtiger wie das Gewicht. Das Gewicht spielt auch eine Rolle, aber nicht immer. Nicht immer so krass. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Leichteste mit mittlerweile 87 Kilo. Ich bin schon runtergekommen, aber trotzdem fahre ich sehr softe Federn vorne. Es gibt Fahrer, die sind leichter wie ich und fahren härtere Federn, weil sie später und härter bremsen. Nur so zum Thema. Also das Gewicht spielt eine Rolle, aber der Speed ist entscheidender. Muss man auch bedenken. Und da braucht man schon jemanden, der ein bisschen Erfahrung hat, wie muss sich das anfühlen und so weiter. Und deswegen haben wir das ins Leben gerufen. Also ja, weil viele fragen, ob wir das machen. Ja, wir machen das. Und ihr könnt das buchen. Automatisch könnt ihr einen Termin auswählen. Ihr seid im System hinterlegt, die freien Termine. Ihr könnt da zu mir kommen. Für 59 Euro kriegt ihr mal ein Basic-Setup. Dann schauen wir uns das mal an. Ist da überhaupt die richtige Feder drin? Passt das überhaupt zu deinem Fahrstil? Passt das zu deiner Rundenzeit? Was hast du für Probleme? Auch so Analyse, Gespräche ist sehr, sehr wichtig, dass man so rausfindet. Was hast denn du für ein Feeling? Beschreib mir mal. Sag mir mal die Rennstrecke, die du gut kennst. Erklär mir mal, an welcher Kurve du dich wie und wo fühlst. Kurve 3, Brün, wie fühlt sich denn da? Sag mir das einfach mal. Wie fühlt sich denn das an? Auf der Bremse, wenn die Bremse loslässt, wenn du wieder ins Gas gehst und, 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 und. Da kann man schon einiges rausfüllen und kann einfach ein gutes Basic-Setup einfach erschaffen, ohne jetzt gleich 3.000 Euro in ein neues Fahrwerk zu investieren müssen. Also das geht schon. Voraussetzt, es ist schief und eventuell nicht richtig. Natürlich, wenn da schon jemand dran war, der sich wirklich gut ausgekannt hat, dann kann man in der Regel weniger, vielleicht auch gar nichts. Es kommt immer ein bisschen so drauf an. Verschiedene Wege führen nach Rom. Warum nicht der ein und derselbe Fahrwerkstyp muss dasselbe bringen für dich? Ich bin bei 5, 6 Fahrwerkstypen gewesen, bevor ich das selber gemacht habe. Und ich muss sagen, ich habe 6 verschiedene Meinungen gekriegt, aber ich habe mir überall das Beste rausgezogen, habe dadurch selber gelernt. Das heißt, ein Fahrwerkstyp muss für dich nicht der richtige sein. Es kann auch ein anderer sein. Es kann aber sein, dass der, der für dich nicht passt, für jemand anderes perfekt passt. Das ist immer die Philosophie. Kannst du dich mit 10 MotoGP-Fahrern unterhalten und 10 wollen, was anderes. Also das ist so. Also muss man schon auch ein bisschen probieren. Nur weil man ein und dasselbe Setting hat und sagt, das war jetzt gut, soll man auch mal was Neues probieren, um so ein bisschen auch den Horizont zu erweitern. So viel dazu. Gerne mal ausprobieren. Gerne mal reinschauen bei uns unter www.sbk-tech.de. Unter Buchung kann man das ausfüllen. Da sind die Termine drin, wo es zur Verfügung steht. Wir sitzen in Niederbayern. Gerne mal vorbeischauen. Kaffee und Kuchen. Kuchen gibt keinen, aber Kaffee gibt es. Und Benzingespräche. Also, ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Ja, wir können euch helfen. Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und abonniert natürlich auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.